Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Steak-Fans in Nürnberg aufgepasst! Das Restaurant Goldener Pudel serviert feinste internationale Steak-Variationen wie Porterhouse, T-Bone und La Costata, die man in so großer Vielfalt nicht alle Tage findet. Neben Fleischgenüssen erwarten Sie in der Gaststätte mit einzigartigem Ambiente auch herrliche Meeresfrüchte und Fischgerichte. Zudem gibt es eine Auswahl an veganen und vegetarischen Köstlichkeiten sowie über 200 Weinpositionen, edle Tropfen und fränkische Bierspezialitäten. Nach dem Essen empfiehlt sich ein Besuch an der Bar, wo Ihnen der Barkeeper raffinierte Cocktails ganz nach Ihren Wünschen mixt. Für Restaurantmanager Abel Gebredingel ist es eine Herzensangelegenheit, dass Sie sich bei ihm pudelwohl fühlen. Er ist mit seinem Team stets bemüht, Ihnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Selbstverständlich steht Ihnen das Haus auch für Veranstaltungen aller Art offen. Restaurant Goldener Pudel – Finest Steaks and Seafood